Herzlich Willkommen zurück zu Drackensank. Eine kurze Info, eine ganz kurze Info. Es gibt zwei neue Bonus-Codes, die wollen wir mal kurz eingeben. Das ist zwar einmal ganz, ganz toll. Go Defeat Sim. So, Go Defeat Sim. Und das gibt... Tadaa. Oh, ist das laut. Hätte vielleicht mal den Tonleiser drehen sollen. Moment. So, sehr angenehmer. Gab auf jeden Fall jetzt, hat man jetzt gerade kurz gesehen, 20 von den Sven-Scherben. Ist jetzt nicht wirklich so viel. Der andere ist da vorher ein bisschen schöner. Und das heißt, äh, Shine Bright. Shine... Right. Shine Bright, like a diamond. Okay, hier auf. Äh, tadaa. Und das ist ein... Ist das ein großer Edelsteinbeutel, oder? Genau, ein geschliffener Edelsteinbeutel. Der Öffentlichkeit für einen zu verlegen geschliffener Edelstein. Waschen wird ziemlich gut ist, weil das dann mindestens 1.800 andere meint. In meinem Fall auch. Ich brauche ein Zeanit. Gut. Äh. Kommt einfach zu. Fertig. Ja genau. So, das war's. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Und haut rein. Ich bin raus. Euer Klaus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.